Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das ist eine App zum Chatten Hä, ab zum Chatten? Man kann es mit der Naivität auch ein bisschen übertreiben Aber sag mal, wie verabredest du dich denn dann mit deinen Freunden? Wenn wir unsere Gehirnwellen synchronisieren, können wir gegenseitig unsere Gedanken lesen Verstehe, sie versucht ihn abzuschrecken Ah, dann weißt du bestimmt auch, was ich gerade denke Er gibt nicht auf Du willst dein Eis essen? Wohl eher du Knapp daneben Ich hab nämlich gedacht, dass du so aus der Nähe echt verdammt süß aussiehst Hoffst du's nicht, sie steht nicht auf dich Du bist wirklich lustig, Yamada, hätte ich ja nicht gedacht Was? Wirklich? Was genau findest du denn lustig? Wie bitte? Wollt sie sich ernsthaft darüber, dass er sie lustig findet? Na, dass du Lein nicht kennst und so Ah, verstehe Ich wurde das schon so oft gefragt, mein Timing ist mittlerweile perfekt Ganz ehrlich, ich kenn das aber wirklich nicht Schon okay, du bist eben einfach sehr lustig Ja, findest du? Hab nicht so viel Spaß Hab nicht so viel Spaß